Manche Männer suchen verzweifelt nach der Frau ihres Lebens. Andere haben zu viele davon. Manch einer hat die große Liebe bereits gefunden. Ein anderer hat sie gerade verloren. Schlusspfiff, verstehst du? Und dann gibt es auch noch Typen, die checken einfach gar nichts. Aber du bist wirklich ganz sicher, dass das Kind von mir ist? Boah, du bist echt das Letzte! Ich heiß übrigens Günther. Und Sie? Ich nicht.